Hallo? Papi Ken, Schwanzbacke am Abrad, bitte um Status... Ich habe verstanden. Crawling in my skin, crawling in my skin Yo, meine lieben Tür, schau, willkommen und hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Minecraft Skywars. Denn heute wird es wieder magisch. Denn wir spielen heute mit dem Zauberer Kid. Das Zauberer Kid startet mit 32 super nice, super Bottles, super lecker. Ein Verzauberungstisch, nur für ihn zu mitnehmen. Drei Bücherregale für den Spaß unterwegs für die ganze Familie. Das gute am Zauberer Kid ist, es ist halt einfach so krass, dass du direkt ein Charmness 1 Schwert hast. Und da man direkt Diaz auf der Web abbauen kann, hat man direkt meistens ein Diaz Schwert mit Charmness 1. Zack, boom. Hä? Ich hab mir doch gerade irgendwie keine Ahnung, wie viel Level reingepfüfft. Hä? Hä? Ah lol. Schau, nicht eins. Ach guck mal, 2,5 Attack, der Mensch. Mal sagen, schnitzeln wir ein paar Leute weg, oder? Na du Arschloch! Wuhuuu! Nice! Fuck! Ganz ehrlich sagen, ich will mal irgendwie eine Map, wo man richtig Action hat, weil die Map, ich find die irgendwie ein bisschen kacke. So Leute, ich zeig euch jetzt mal was, das können nur die ganz coolen Jungs. Und zwar geht ihr jetzt mal nach da, baut es auf und dann haben wir zack, so viele Diaz und noch ein Apple-Phone von Giorgio Armani. Gegner anvisieren! Angriff! Ähhh! Bum buh 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 Ähh. Wow, alter Doppelkill, was ist da los? Final come! In Westfield with only a ball and raise on the playground is where I spent most of my days Chillin' out nice and relaxin' all cool and all shootin' some deep ball outside of the snow And a couple of guys who were up to no good startin' makin' trouble and Unseen! 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 Ich hab alles auseinandergenommen! Nö Da la Ruhe, ich werde deine ganze Familie abschlachten und umbringen! Oh Klaooooooos! Oh Klaooos! Oh Klaooooos! Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann! Oh Klaも raus, dass du so schöne Worte sagst. Gib mir ein Küsschen auf die Wange ! Doch nicht an dieser Stelle! Und Leute, WITHIN dieser wundervollen Stelle in diesem Video... ...wollte ich mich einfach mal ganz kurz dafür entschuldigen, dass in letzter Zeit so wenige Videos kommen oder nicht immer Videos, wenn sie geplant sind. Aber Moment Leute, Schulsituation ist echt ein bisschen stressig. Und ich muss ehrlich sagen, nachdem ich halt immer hier jeden zweiten Tag Videos gemacht habe und gleichzeitig mit meinem Minecraft-Server oder unserem Minecraft-Server zu tun habe, ist es mit den Videos immer stressiger geworden und meine Noten sind ein bisschen so gegangen. Deswegen Leute, wundert euch einfach nicht, wenn einfach mal kein Video an irgendeinem Tag kommt. Da oben vergrauen sich jetzt zwei ganz freche Schlawiner. Wo ist der andere? Oh, nice. Scheiße. Komm bitte, komm an, komm an. Ja. Du Arsch. Lol. Mann. So Leute, ich würde mal sagen, das soll es von einem Video gewesen sein. Wizard war ein sehr, sehr interessantes Kid, wenn ich ehrlich bin. Also Bock schon immer Scharpen ist eins von Anfang an zu haben. Ich wollte eigentlich spielen, bis ich eine Runde gewinne, aber mein Ping manchmal einfach komplett scheiße. Deswegen hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, macht's gut. Und kauf mir Merch. Den ich nicht habe. Aber ciao. 行, dass du ruhig bis hin. Et dann um sie an ihm irgendwo um die E Paulosa. Ich gehe jetzt mal. Und wir ver. Hierões kommen. Hur char retro. Und da warm und derglasen. Hierasch. Und da, der Luli.